Hallo Leute, willkommen zu einer Runde QSG auf der Map PixelSG. Ich weiß, die Map spiele ich öfters in Aufnehmen, doch die Map ist einfach geil und die geht einfach schneller. Was ich eigentlich ansprechen wollte ist, dass ich nicht mehr in der Top 10 bin, was schon länger der Fall ist, nur ein paar immer noch das denken, dass ich hier noch in der Top 10 bin und ich das mal aufklären wollte, dass ich nicht mehr in der Top 10 bin. Weil viele halt nicht so aktiv QSG spielen und jeden Tag auf das Skorball schauen und wir passieren eigentlich ganz gut schon. By the way, ihr könnt gerne den Pursor hinterlassen, wenn ihr das Video feiert und den da könnt ich holen, der hat ein Diabos für mich. Den haben wir auch, nice. Oh, das war gerade ein bisschen dumm, aber wir haben alles angezogen, nice. Ich denke mal, wir haben einen Eisenschwert, ihr könnt den easy holen und den da können wir auch noch holen, denke ich mal. So, die haben wir alle, nice. Neben noch drei andere Spieler, die können wir, denke ich mal, auch noch vom Deathmatch holen, wenn es geht. Wir haben auch schon sechs Kills, jetzt kommt gleich der siebte. Es wird eine gute Runde, würde ich mal sagen. Und dann ist da der nächste, der hat mich vor der Spawn gekillt und der wird jetzt rausgekillt. Tut mir leid, mate, aber es ist QSG. Und da ist der letzte Spieler. Und Leute, wie ich sage, wir haben die Runde mit neuen Kills beendet, Leute. Und dann würde ich sagen, lasst euch gerne einen Pursor, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann tschau, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal.